Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ja, ich will immer noch I drücken So, 160, so Ich füll mal die Kisten Ohoho, da kam einiges dazu Ich hab 18 Tränke Und du? Ich hab ne Ahnung Ich geh wieder tust Ich hab noch Tin Material, das tu ich mal da auch rein Ich hab noch Stahltränke Und was weiß ich nicht alles 44 Wurfmesser Die Tränke kommen in die oberste Kiste 300 318 Erope Okay Und dann hab ich noch Lenbar Bleedbar Bleedbar? Ja Die kannst du... Haa Das ist ja aus deiner Singleplayer Map Die gibt's ja hier nicht in der Map Bleedbar ist Eisenersatz Und Sin ist Kupferersatz Also was bei deiner Singleplayer Welt Sin ist, ist hier halt Kupfer Okay Das ist hier dann Eisen Ja, jetzt haben wir halt die Sachen hier, ne? Wir brauchen unbedingt noch ne Kiste Setzt einer hin, wir haben noch ne Kiste In der Kiste irgendwo Ja Ich bin wieder da im Spinnnest Vielleicht haben wir hier Vielleicht finden wir hier die Hairstylistin Hier gibt's ein NPC Keiner Ich bin啊 Okay Hallo stein Das ist das Du machst Das gibt's Ich bin Wirumpsind Aber Und Und Wenn du Oh. Oh. Sven! Was denn? Was ist deine Schuld? Entschuldigung. 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 Oh. 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 Lol, tust du das Haus erweitern? Ja. Was machst du denn da? Lol, sag mal spinnst du? Was machst du denn? Bauen. Ach du großer... Scheiße. So. Jetzt kann man das da unten auch noch bebauen und dann können wir immer von unten in unser Haus rein. Wie kommen sie von oben nach unten? Hier. 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 Hier durch. Hier durch. Du lass mich das bitte machen. Ich will auch mal bauen. Nicht nur immer du. Ich hab ja nichts gesagt. Okay. Kannst du ruhig bauen. Bumm 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 bumm. Du musst nur sagen wie man Wände baut. Also die wo hinten dran. Musst du auch in die Werkbank gehen. Mal sehen, da steht irgendwo Holzwände oder so. Ich fang auch mal an mein Haus zu bauen. Du Mösel. Kannst ja mit hier dran bauen. Wir wohnen zusammen. Ja. Ich find das grad nicht anweh. So ein dunklerer Block Steinwand oder Holzwand. Vier Stück kannst du daraus machen. Bei mir steht nur Zäune. Hast du Holz dabei? Ja. Da muss irgendwo stehen Holzwand. Oh, 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 oh. Vorbei. Küssen wir uns gerade? Ja. Hallo. Ich hab mir eigentlich gedacht, ich bau mir wieder so ein Haus, wie du auf meiner Single Player Map gesehen hast. So ein riesiges Ding. Weiß ich mein. Ja, kannst du ja. Warte, hier sind noch Holzwände. Ich check das irgendwie nicht. Ich baue da irgendwie. Okay. Da darf halt keine Lücke drin sein, wie hier. Da ist noch ne Lücke. Ui, ui, ui. Kannst ja jetzt dein Haus da drauf bauen. Hier drauf? Nein, ich mach hier die Ebene, mach ich gerade. Okay. Fing noch ein bisschen Dirt. Oh, da ist ein Wurm drin. Oh. Ich hab gedacht, ich hab den Wurm getötet. Ich? Aha. So. Oh. Wie viel Holzwände da flöten gehen, ey. Oh, das ist richtig viel. Brauchst du schon viel. Oh. Um so Wände wegzumachen, brauchst du einen Hammer. Echt? Oh. Du musst sie halt aufbauen. So. 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 Das ist ja nicht so ein Krarding Bomb Oh man, keine Holzwände mehr Mach den nicht Ja Keiner Mann Ah bumm Ah bumm, boo Bimm, bimm, bamm Ja, ich weiß, man So Oh man, so was Ah, ich fülle da, komm Oh man, so was Ah, die Ich kann sogar eine Ente einfangen. Sven. Und schon wieder kein Holz, Sven. Ja, brauchst du Hilfe? Nee, ich hab ihn geworfen, will ich. Stell dir vor, dein neues Haus zu nehmen. Ey, endlich meine eigene Ente. Und dein zweites Haustier. Dann drittes Haustier, dann viertes Haustier. Drei Würmer noch, ja. So. So, ich bräuchte mal wieder dein Holz. Oh! Dudeduded dedede del dis Baust du hier nicht dein Haus drauf? Was, nein! Baust hier auf der anderen Seite. Okay. Ich bauch halt da mein Haus drauf. so 1 3 kommt der wieder wow 4, 6 Oh... Nein! Sooo... Dum dum dum, dum 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 Wir alle konzentriert sind und nix sagen, ey Ach... Ich muss grad hier ein bissel zäh, oder? Ich hab das Fenster offen Naja Sooo... Sooo... Bom... Darum Sooo... Ah... Dum dum steht Oh... Oh... Ah... Bom... Was neler da? Oh... Hhh... ähhh ähm sooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooo was soll ich dazu holen? ich weiß nicht Oh, nice. Nee, ich warte mir was. Woher? Hammer! Warte, Hammer! Ah, Upa! Kann ich? Geht das? Tatsache. So. Um. Jawoll. Was denn? Ich hab ne Platin-Spitzhack. Ach so. Wolltest du meine Hand? Ich hab ein Aldo. Ich hab doch hier ne Eisenspitzhacke. Ja, aber ich hab ne Silberspitzhacke. Ja. Danke. Die ist 5% besser. Oh, bei Tempo langsam. Ja, das ist doch egal. Mein Gott. Rauchen ist ja nicht erlaubt. Oh. Oh, nee. Assim. ... Uuuh. Uuuuh. Ab nach unten wieder, ich bin nach unten Ach Gott die Zeit ist schon wieder um Schon wieder? Ja Hallo Also wir sehen uns Was? 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 Wir sehen uns doch bei der nächsten Folge, oder? Wieder Ja? Wiedersehen Ciao Tschüss Tschüss Tschüss